Herzlich willkommen zu einem neuen LS19 Video hier beim Metalizer. In diesem Video schauen wir uns die Farmcom 20 von Giants an, beziehungsweise die neu vorgestellte Map, die Alpine heißen wird. Genau, nämlich auf der Farmcom wurde das neue DLC direkt vorgestellt und vorab noch eine kleine Info für euch. Seit dem 20.07.2020 bin ich im Giants Partnerprogramm. Ihr könnt über meinen Link DLCs direkt bei Giants kaufen. Diese sind auch kompatibel mit der Steam und Epic Version von LS19. Ihr zahlt nicht mehr und unterstützt damit meine Arbeit als Content Creator. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank. Nun aber zur neuen Map. Diese wurde während der Farmcom 20 angekündigt. Die Map spielt in einem fiktiven Ort der Alpen und hat den Fokus auf der Grasernte und der Kuhzucht. Ich persönlich bin mega hyped auf die neue Map. Aus meiner Sicht will Alpine die bisher schönste Map im Landwirtschaftssimulator. Das neue DLC erscheint am 12.11.2020 und wird 19,99 Euro kosten. Das ist bereits jetzt im Giants Store vorbestellbar. Die Alpine Expansion wird auf dem PC und auf den Konsolen erscheinen. Holia Serban hat in einer Präsentation die neue Map vorgestellt. Er ist Map-Designer bei Giants und war maßgeblich an der Entwicklung der neuen Map Map beteiligt. Die neue Map legt den Schwerpunkt auf die Grasernte und liefert dazu auch neue Geräte und Maschinen. Bei der Entwicklung wurde das Gras komplett neu überarbeitet und bereits hier sehen wir, wie schön die Map eigentlich wird. Der Hof ist sehr zentral gelegen und passt sich perfekt an die Landschaft an. Neben dem Hof sehen wir bereits das Sägewerk und Bahngleise. Dazu aber später noch einmal mehr. Mit dem Gras werden die Kühe gefüttert und es gibt, passend zur Landschaft zwei neue Verkaufsstellen. Unter anderem eine sehr große Schokoladenfabrik und eine Käserei. Beide Verkaufsstellen befinden sich in der Stadt, welche zentral auf der Karte implementiert wurde. Hier sehen wir zuerst die Schokoladenfabrik und vielleicht habt ihr das Werbenplakat von G-Portal gesehen. Was es damit wohl auf sich hat? Die Schokoladenfabrik hat einen sehr großen Innenhof. Dieser eignet sich perfekt für große Trailer zur Lieferung von Milch. Die zweite Verkaufsstelle ist die Käsefabrik bzw. die Molkerei und diese befindet sich ebenfalls in der Nähe der Schokoladenfabrik und in der Stadt. Es wirkt ein bisschen unscheinbar, aber wenn man mal reinguckt, da sieht man halt auch schon ein bisschen was von den Maschinen, von den Geräten und wie der Käse da verarbeitet wird. Also wirklich optisch sehr, sehr ansprechend. Neben der Käserei befindet sich ein Ladengeschäft, in dem, was wird da wohl verkauft, natürlich der Käse an die Kunden verkauft wird. Und wir gehen jetzt weiter, und zwar geht es jetzt hier um den Hintergrund der ganzen Map. Also das, was ihr im Hintergrund seht, die Berge, das Bergpanorama. Und hier hat Giants auch noch mal sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, um das Ganze so realistisch wie möglich zu machen. Und das ist auch wirklich, wie ich finde, sehr, sehr gut gelungen. Man bekommt eine immense Immersion. Also man denkt, man kann da hinten hinfahren. Man denkt wirklich, man kann bis da oben auf den höchsten Berg rauffahren. Und auch bei Nacht sieht das Ganze wirklich, wirklich atemberaubend gut aus. Ja, wie bereits erwähnt, Gras überwiegt auf der Alpine Map und entsprechend wurden die Straßen auch an die Felder angepasst. Durch die Hügel und Berge werden die Straßen durch Beton erhöht und wirken dadurch viel eher passend und realistischer zur Landschaft. Man hat sehr viele Kurven. Es gibt enge, also es gibt wirklich enge Passagen auch, was ich wirklich persönlich auch sehr, sehr cool finde. Es gibt hier so ein paar coole Kurven. Und ja, man muss immer dazu sagen, es ist natürlich noch Work in Progress, also noch nicht das finale, also noch nicht der finale Look, der hier gezeigt wird. Aber so eine Serpentinstrecke, das hat schon was. Und ja, wenn man sich diesen Map-Overview hier anschaut, das ist halt einfach wirklich, wirklich genial. Wir sehen hier noch gleich einen kleinen Forest-Bereich, also da, wo die Forstwirtschaft gemacht wird. Und ich glaube, das Fahren hier durch diese ganzen hügeligen Passagen und Strecken und Kurven und so, wird das richtig, richtig cool. Also ich freue mich, wie gesagt, mega auf die neue Map. Und hier sehen wir noch eine Übersichtskarte der Alpine Map. Es wird 25 Felder geben und dabei natürlich sowohl kleine als auch große Felder. Das dritte große Thema ist die Forstwirtschaft. Bei der Präsentation wurde das größte und damit auch wohl teuerste Waldgebiet gezeigt. Es ist ein Angelegen und mit schwerem Gerät wird man hier sicher einige Schwierigkeiten haben, den Berg hinauf oder auch am Ende hinunter zu kommen. Aber dafür ist es halt, wie gesagt, wunderbar gelegen und man kann während der Arbeit auch mal eine kurze Pause machen und einfach ins Tal hinunter blicken. Ja, und es gibt auch noch eine weitere Überraschung. Es gibt neue Bäume, beziehungsweise die Bäume wurden überarbeitet und sind jetzt noch einmal detailreicher. Hier sehen wir eine Fichte und da gibt es dann natürlich auch viele verschiedene Variationen dazu. Sieht halt mega, mega gut aus und es ist wirklich wesentlich detailreicher als die alten und es wurde aber darauf hingewiesen, dass sie drei- bis viermal komplexer sind als die vorherigen Bäume. Und ja, es wurde natürlich versucht, so viele Variationen wie möglich einzubauen, um das Waldgebiet möglichst realistisch aussehen zu lassen. Und gerade bei der Forstwirtschaft ist das natürlich ein wichtiger Faktor. Es gibt natürlich auch dann noch mal ein paar neue Eichenbäume, die werden jetzt hier auch noch einmal gezeigt. Und ja, auch hier sehen wir halt eben, dass die halt wirklich, wirklich was hermachen und echt schön sind mit verschiedenen Variationen. Also hier wird sich wirklich große Mühe geben und für 20 Euro ist das ein sehr fairer Preis. Es gibt auch so ein paar Weidenbäume neue, die am Flussufer auftauchen, also so Trauerweiden. Die kann man wahrscheinlich nicht für die Forstwirtschaft nutzen wegen der Holzqualität, was hier auch noch mal angesprochen hat. Tragen aber viel zur Dekoration der Umgebung bei. Ebenfalls überarbeitet wurde die Mechanik des Zuges. Dieser fährt nun nicht mehr im Kreis, sondern kommt aus dem Norden und fährt dann Richtung Süd-Süd-Ost, um die Karte zu verlassen. Und zwar nach Felsbrunn. Ja, ihr habt richtig gehört, der Zug fährt nach Felsbrunn. Die Güter, die ihr eingeladen habt, werden am Ende automatisch verkauft. Ihr könnt natürlich nicht nach Felsbrunn mitfahren. Das ist so ein kleiner Running Gag, beziehungsweise so ein kleiner, vielleicht sogar ein Easter Egg, könnte man es auch nennen. Aber ja, die Bahnhof wurde noch mal komplett überarbeitet, also die Verladestation, der Passagierbahnhof. Und genau, ihr könnt immer noch mitfahren. Aber wie gesagt, am Ende fährt der Zug halt eben nach Felsbrunn und kommt dann nach einer kurzen Zeit wieder. Und das ist hier übrigens jetzt einer der Passagierbahnhöfe. Und jetzt verlässt der Zug gerade die Karte. Mal gucken. Jetzt kommt gerade das, was ich angesprochen habe, und zwar die Fahrt nach Felsbrunn. Genau, und hier ist es natürlich praktisch, den Zug einfach zu beladen mit Gütern, weil man nicht unbedingt immer den Berg hoch und runter kommt mit so schweren Geräten. Daher kann man die dann einfach auf den Zug raufladen und dann noch ein bisschen Geld machen. Genau, und hier der Train wird jetzt nach Felsbrunn weiterfahren und wird dann nachher auf der Map wieder zurück sein. Ja, eine weitere Besonderheit ist die Kirche im Zentrum der Stadt. Und hier haben wir am Kirchturm eine sich mitbewegende Uhr. Das heißt, die Uhr ist mit der Ingame-Zeit synchronisiert. Das heißt, wenn die Zeit vorspult, bewegen sich die Zeiger an der Turmuhr eben auch schneller. Mal gucken, ob die Turmöhr läuten wird. Das hatte ich jetzt in der Präsentation nicht gehört bzw. nicht gesehen. Lassen wir uns überraschen, was dann rauskommt. Bei 120-facher Geschwindigkeit wäre das Läuten der Turmuhr wahrscheinlich ein bisschen heftig, ein bisschen viel. Aber vielleicht bei einer oder fünffacher Zeit, vielleicht kann die Turmuhr da ja läuten. Das wäre halt mega cool. Hier ist noch ein kleines Hotel mit drin in der Stadt. Also einfach, um dieses Alpen-Flair noch ein bisschen hervorzuheben, was auch sehr, sehr schön gestaltet ist. Und man kann teilweise sogar in die Fenster hineinschauen. Ja, und jetzt ab zum Wahrzeichen, würde ich sagen. Ja, das Wahrzeichen ist das Hotel. Und hier noch ein ganz kleines cooles Feature. Und zwar sieht man die Steigung bzw. das Gefälle, dass die bei 10% liegt. Ist ein ganz nettes Gimmick. Also wird auch überall auf der Karte wohl eingesetzt. Zumindest wurde es bei der Präsentation so verlautet. Und ja, das ist das Hotel mitten oben auf einem Hügel drauf. Ja, und man kann halt von dieser Plattform aus wirklich die ganze Stadt sehen. Und jetzt stelle ich das Ganze mal bei Nacht vor. Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, warum nur vorstellen, wenn man die Nacht auch noch in der Präsentation mit drin hatte? Und wir sehen hier, der Hintergrund ist illuminiert. Das heißt, man hat versucht, so ein bisschen die Immersion zu übertragen und sieht halt im Hintergrund die anderen Städte. Und ja, das sieht halt, also schaut euch mal, wie das nachts aussieht. Das sieht halt fantastisch aus. Das ist richtig schön gemacht. Auch in der Stadtmitte hier. Das hat schon echt Flair. Und da arbeitet man als Landwirt dann doch auch gerne mal bis spät in die Nacht, um dann ein Feierabendbier in der Stadt zu genießen. Ja, und natürlich gibt es auch romantische Ecken. Hier an dem See, da sieht man dann nachts auch nochmal im Hintergrund die andere Stadt so ein bisschen leuchten. Also gerade in den Berggegenden, das wird ja in der Präsentation nochmal gesagt, ist es nachts halt sehr oft neblig. Und daher kommt dieser Schimmer, dieser Schein zustande. Und ja, aber hier kann man sich doch ganz gemütlich mal nachts für ein Picknick hinsetzen. Oder nicht? Also wie gesagt, im November ist es soweit, dann kann man sich das Ganze echt mal anschauen. Und ja, wie gesagt, es harmoniert halt sehr, sehr gut, diese Map. Sieht halt sehr, sehr stimmig aus, was man in der Präsentation so gesehen hat. Giants war da sehr offen und hat sehr, sehr viel gezeigt. Auch Gameplay gab es später noch zu sehen. Dazu wird es hier nochmal ein zweites Video geben. Hier in dem Video geht es ja wirklich jetzt erstmal nur um die Map. Und es gibt halt auch ein paar Animationen. Und ja, das sieht doch echt ganz nice aus. Hier sehen wir nochmal die Seilbahn, die dann halt nachts auch im Betrieb ist. Und hat dann natürlich die entsprechenden Signalleuchten, damit da kein Flugzeug versehentlich irgendwie reinfliegt. Zum Abschluss wurde nochmal so ein bisschen gezeigt, wie das eigentlich mit den Effekten aussieht in den Häusern. Also wie kommt dieser dreidimensionale Effekt, wenn man so in die Häuser, in die Fenster reinschaut, wie kommt der zustande? Und auch hier hat Giants mit der neuen Technik gearbeitet. Die wurde dann im Detail nochmal ein wenig vorgestellt. Das wird jetzt aber zu sehr in die technische Tiefe reingehen. Ihr könnt euch die Giants-Präsentation auf dem Twitch-Kanal von Giants nochmal anschauen. Das Video habe ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, das war die Map-Vorstellung, die Alpine-Expansion hier bei Metalizer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Auch eure Anmerkungen. Wie findet ihr die neue Map? Wie gefällt sie euch? Schreibt es gerne in die Kommentare unten rein, von dem, was ihr gesehen habt. Im November ist es, wie gesagt, soweit. Freue ich mich sehr drauf. Und falls ihr nichts verpassen wollt an neuen Updates zum Thema Farming Simulator 2019 und auch die neuen Teile, die kommen werden, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.